Hallöchen Leute und willkommen zu Danganronpa oder Danganronpa Trigger Happy Havoc. Ähm, der erste Teil der Danganronpa-Reihe. Wir haben ja eben erst Apollo Justice Ace Attorney durchgespielt. Und wisst ihr, was ich dabei dachte? Ich könnte echt mal Danganronpa spielen, ne? Ich hab's nie gemacht und ich hatte eigentlich immer mal Bock. Ich kenn den Anime, also eigentlich jede Anime-Season, die so existiert hat. Ist aber ewig her, seit ich mal Season 1 davon gesehen hab. Es ist generell ewig her, ja? Ich hab's da mal zu Release geschaut, ja? So lang ist es her. Und ich dachte mir, hey, Ace Attorney war echt fun. Ihr hattet viel Spaß. Warum nicht ne ähnliche Visual Novel spielen, bei dem es darum geht, quasi, ähm, Morde aufzuklären. Und ein bisschen in den Trial drin zu sein und verschiedene andere Dinge zu machen. Es ist natürlich ein bisschen sehr anders eigentlich als Ace Attorney. Aber ich finde, es hat einige sehr große Parallelen. Und, äh, ja, stell mir rein da, oder? Let's fucking go! Ihr müsst übrigens auch nichts dazu wissen. Ich weiß auch nichts dazu. Ich hab mal angefangen zu spielen. Ich hab einen Deutsch-Patch übrigens, ja? Den sogenannten Crimson-Patch installiert. Äh, so wie ich gehört hab, ist die Übersetzung sehr gut. Da spielst du normalerweise auf Steam oder so, nicht auf Deutsch. Aber es gibt den Patch und, ja. Wenn ihr das selber spielen wollt, ihr kriegt das schon hin. So, neues Spiel, let's go! Äh, Synchro, äh, Englisch oder Japanisch? Ähm. Ich kenn die englische Synchro nicht. Ich weiß nicht, wie viel tatsächlich synchronisiert ist. So wie ich mal gespielt hab, ist nicht so viel synchronisiert. Ich denk mal, wir gehen vielleicht mit den japanischen Stimmen deswegen. Ich weiß nicht, ob das kontrovers ist oder nicht. Aber weil ich sowieso alles vorlese, ist es prinzipiell Jacke wie Hose, oder? Na, wird schon passen. Let's go! Schwierigkeit Logik. Schwierigkeit Aktion. Was soll das bedeuten? Hahaha. Oh, warum ist die Le... Äh, hä? Machen wir Mittel. Passt schon. Passt schon. Los! Passt schon. Passt schon. Untertitelung. BR 2018 Was ein Trip hier anfangen, ja? Wisst ihr ein bisschen, was euch erwartet? Die riesigen Türme dieser Akademie ragen über all die anderen Gebäude in dieser belebten Gegend. Es ist so, als würde die Schule im Zentrum der ganzen Welt stehen. Die Hopes Peak Academy bringt Schüler von jedem möglichen Gebiet zusammen. Sie wird von dem Staat gefördert. Man sagt, dass man ausgesorgt hat, wenn man hierhin kommt und einen Abschluss macht. Mit jahrhundertlanger Tradition schickt sie jedes Jahr die Besten der Besten an die Arbeit. Sie wurde errichtet, um dem Land Hoffnung zu geben. Deshalb ist der Name Hopes Peak, der Gipfel der Hoffnung. So passend. Man muss zwei Bedingungen erfüllen, um in diese Schule zu kommen. Zuerst muss man bereits auf eine Highschool gehen. Außerdem muss man der Beste in dem sein, was man tut. Kein normaler Schüler könnte auf diese Schule gehen. Das geht nur, wenn man von der Schule selbst ausgespäht wird. Und dort steht jemand vor dem Tor. Einer Brillantenschule mit Brillantenschülern. Das bin ich. Bevor wir damit weitermachen. Bevor wir damit weitermachen, schätze ich, ich sollte mich vorstellen. Ich heiße Makoto Naegi. Wie du sehen kannst, bin ich nichts weiter als ein hoffnungslos durchschnittlicher Schüler. Sowohl von meinem Aussehen her, als auch von meiner Persönlichkeit. Wenn es um Noten geht, besondere Fähigkeiten oder Persönlichkeit, bin ich nicht besonders. Ich meine, ja, natürlich habe ich Hobbys und Sachen und Dinge, die ich mag, aber ich bin kein Hellseher oder Mutant oder so. Wenn du mich zum Beispiel fragen würdest, was mein Lieblingssong ist oder mein Lieblingsfilm, das wäre eigentlich immer das, was gerade am beliebtesten ist. Ich bin gefühlt normaler als jede andere Person. Ein richtiger Alltagsheld bin ich aber nun auch nicht. So einfach, äh, so bin ich einfach. Ne, warte mal, hat er das wirklich gesagt? Na. Wie auch immer, ich dachte, es ist gut, sich einfach so vorzustellen. Aber weißt du, wenn ich irgendeine Stärke habe, sozusagen, dann würde ich sagen, dass ich ein bisschen optimistischer bin als der Rest. Ich meine, schau mich an. Ich bin komplett normal, aber trotzdem. Trotzdem stehe ich hier. Vor der Hobes Peak Academy. Ein Ort, der alles andere als normal ist. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich hier stehe. Ich frage mich, wie jemand wie ich an so einem Ort überleben kann. Die Schule hat diese erdrückende Präsenz. Als würde sie versuchen, mich zu verschlingen. Aber es ist kein Wunder, dass ich mich so fühle. Du musst verstehen. Naja, ist auch egal. Lass mich dir zuerst über meine Vorbereitungen letzte Nacht erzählen. Die Hobes Peak lädt nur Schüler ein, die echt spitze in ihrem Gebiet sind. Das ist so ein beliebtes Thema, dass es Online-Forenen gibt, um über die Schüler da zu reden. Ich habe mir einige dieser Gespräche also durchgelesen, um mich vorzubereiten. Überall sprach man nur von den ultimativen Schülern. Sie sind deutlich besser als dein normaler Teenager. Zum Beispiel wird eine Schülerin das ultimative Pop-Idol sein. Sie ist wohl ein Mädchen, das auch die Liedsingerin in einer Pop-Band ist, dem ganzen Land angesagt ist. Dann gibt es noch den ultimativen Baseballer. Er war der Cleaner-Pitter für das nationale Highschool-Team. Profi-Teams haben jetzt schon ein Auge auf ihn. Es gibt auch den ultimativen Mode-Freak. Ist auf dem Cover vieler Mode-Zeitschriften. Jedes Mädchen möchte so sein wie sie. Oh, und sie haben auch noch den ultimativen Biker erwähnt. Er ist mehr oder weniger der Anführer jeder Biker-Gang in Japan. Jede Gang liebt diesen Typen. Außerdem wird es die ultimative Kämpferin geben. Den ultimativen Otaku. Die ultimative Zockerin. Die ultimative Schwimmerin. Die ultimative Programmiererin. Der ultimative Hellseher und noch viel mehr. Als ich das gelesen habe, wurde mir klar, wie machtlos ich bin. Es waren die Besten im Land. Schwarz auf Weiß. Ich fühlte mich wie eine kleine Hauskatze, die sich in die Höhle der Löwen verirrt hat. Aber trotzdem gab es etwas, worüber ich nicht aufhören konnte nachzudenken. Es gab nämlich ein paar Schüler, für die ich keine Infos herauskriegen konnte. Egal wie viel ich geguckt habe. Bei all diesen beeindruckenden Schülern bin ich wohl der Einzige, der kein lohnenswertes Talent hat. Aber was ist dann mit den anderen Schülern, die scheinbar nirgendwo aufgeploppt sind? Könnte es sein, dass sie normale Schüler sind, wie ich? Ohne Begabung oder irgendwas? Der Gedanke hat mir irgendwie Mut gegeben. Ich meine, ich weiß, dass ich nicht viel Persönlichkeit habe. Aber trotzdem gibt es ein viel größeres Problem. Wie konnte so ein unglaublicher, normaler Schüler wie ich an diese beeindruckende Schule angenommen werden? Ich meine, es gibt einen Grund. Du musst nur kurz einen Blick auf meinen Annahmebrief werfen, um es zu verstehen. Wir haben kürzlich eine Auslosung gehalten, um einen gewöhnlichen Schüler auszuwählen, der unsere Schule besucht. Aus diesem Grund wurden sie ausgewählt. Und wir laden sie herzlichst ein, uns als ultimativer Glückspilz zu begleiten. Dann ist ganz einfach dahingeschrieben. Ich hatte Glück, dass ich angenommen wurde. Ernsthaft? Vielleicht wäre es für mich besser gewesen, wenn ich dieses Angebot abgelehnt hätte. Aber nachdem ich gehört habe, dass ein Abschluss den Erfolg später im Leben garantiert, konnte ich nicht einfach Nein sagen. Aber dass ich hier tatsächlich vor der Schule stehe, ich habe mich verloren gefühlt. Als würde ich da nicht hingehören. Ich konnte spüren, wie ich die Nerven verlierte. Aber trotzdem, ich kann hier nicht einfach für immer am Tor stehen. Ich war an Ort und Stelle eingefroren, murmelte zu mir selbst und sah runter auf die Annahmenbrief, den ich festhielt. Da stand, dass es ein Treffen für alle neuen Schüler gibt. In der Haupthalle, um 8 Uhr morgens. Es dauert noch ein bisschen, bis das Treffen anfängt, aber es sollte vermutlich einfach reingehen. Ja, ja, so machen wir das. Ich habe einfach all meine Entschlossenheit zusammengenommen und habe versucht, so zu tun, als hätte ich das schon oft gemacht. Und dann betrat ich zum ersten Mal die Haupthalle. Hier sollen wir uns treffen, richtig? Ich schätze, ich bin wohl der Erste. Deine Ecke eckt eine schicke Uhr. Es ist 7.10 Uhr. Das Treffen beginnt erst um 8, also habe ich immer noch gute 50 Minuten Zeit. Das macht Sinn, dass niemand anders schon hier wäre. Ich habe mir so viele Sorgen gemacht, dass ich viel zu früh aufgekreuzt bin. Ich habe immer noch viel Zeit vor dem Treffen. Wie einfach rumzustehen ist, nicht so toll. Ich sollte mich mal in der Schule umsehen. Vielleicht hilft mir das, ein bisschen runterzukommen. Schließlich bin ich jetzt ein Schüler hier. Also sollte es kein Problem sein, wenn ich mich hier umsehe. Richtig? Zumindest kann ich so die Zeit totschlagen. Ich habe versucht, locker zu bleiben und habe zum ersten Mal die Hopes Peak Academy betreten. Jetzt habe ich auch ein neues Schulleben. Zumindest habe ich mir das erhofft. Was zum? Aber in dem Moment, in dem ich einen Schritt nach vorne gegangen bin, da hat sich meine Sicht verdreht und verzerrt. Es war wie so eine Wahnvorstellung. Es hat sich mit irgendwas anderem vermischt und es drehte sich, vermischte sich, es schmilzte dahin. Und kurz danach wurde alles schwarz. So hat das alles begonnen. So kam das Leben, das ich kannte, zu einem Ende. Damals hätte ich es mir schon auffallen müssen. Ich wurde nicht auf die Hopes Peak Academy gebracht, weil ich Glück hatte. Das war deshalb, damit ich Verzweiflung spüren konnte. Willkommen! Prolog Ja, ja. Wir wollen mal speichern, ne? Ah, komm. Äh, do you wish to override? Schön, dass das nicht übersetzt ist, aber ja. Was? Wo bin ich? Ich wachte auf mit meinem Kopf auf dem harten Schreibtisch. Mein Körper fühlte sich so schwer an. Es ist ziemlich normal für mich, wenn ich irgendwann bei einer langweiligen Stunde eingeschlafen wäre oder so, aber, warum war ich gerade am Schlafen? Das ist ein Klassenzimmer, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Was zur Hölle passiert hier? Willkommen in der Hopes Peak Academy. Zuerst will ich dir die Grundsteuerung erklären. Mit der Maus bewegst du den Cursor. Wenn du auf ein Objekt zielst, mit dem du interagieren willst, kannst du die linke Maustaste drücken. Und voilà, dann siehst du dir das Objekt näher an. Mit WSD kannst du ein Blickfeld ändern. Die dich so oft um, und das könnte sich lohnen. Warum versuchst du nicht mal, dich in dem Klassenzimmer umzusehen? Okay. Was war's? Was zur Hölle? In jedem normalen Klassenzimmer wäre hier ein Fenster. Aber es sieht so aus, als würde da irgendeine Metallplatte das Fenster bedecken. Und wenn ich mal dagegen schlage? Yep. Definitiv Metall. Auch sehr dick. Warte, das ist gar nicht wichtig. Viel wichtiger, warum sind hier Metallplatten an den Fenstern? Ist das eine Überwachungskamera? Wir leben in einer gefährlichen Welt. Ich schätze, sie sind da, damit keine komischen Leute hier einfach reinkommen. Mhm. Da ist ein Fernseher. Die Schule wird von dem Staat gefördert. Also ist das wohl nicht merkwürdig, hier einen Fernseher zu haben. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich frage mich, was so komisch ist. Gott, ich kann nicht glauben, dass es schon 8 Uhr ist. Es war kurz nach 7, als ich das erste Mal reingegangen bin. Ist jetzt echt schon eine Stunde vergangen? Das ist der Schreibtisch, an dem ich aufgewacht bin. Ich kann immer noch den Sabber da sehen. Das muss ich später sauber machen. Hey. Was ist auf dem Schreibtisch? Ein Flyer? Das sieht aus wie irgendeine billige Broschüre. Und da wurde etwas mit der Hand geschrieben. Das nächste Semester beginnt gleich. Ab heute wird diese Schule deine ganze Welt sein. Was zur Hölle? Soll das ein Witz sein? Okay. Lass uns mal sehen. Das ist wahrscheinlich passiert. Ich war so aufgeregt, dass ich im Flur gerade ohnmächtig wurde. Und dann hat mich jemand hier reingetragen. Wenn das so ist, dann heißt das, dass das Klassenzimmer, das ist das Klassenzimmer in der Hobbes Peak ist. Aber wenn das wahr ist, das wirft nur noch mehr Fragen auf. Das ist alles echt seltsam. Ich meine, diese Metallplatten an den Fenstern, das ist mehr wie ein Gefängnis oder so. Nichts davon macht Sinn. Ich sollte vermutlich in den Flur. Ich bin etwas spät dran. Jetzt sind da vielleicht auch noch andere Schüler. Du kannst das Klassenzimmer mit R verlassen. Okay. Dann gehen wir raus. Willst du die Gegend verlassen? Jo. Gott. Dieser Flur ist irgendwie merkwürdig. Es wird ja immer komischer. Ich habe echt keine Ahnung, was hier gerade passiert. Naja. Jetzt sollte ich erstmal zurück zur Eingangshalle. Wer ist der Idee, kannst du dich im Flur bewegen? Halte Shift gedrückt, um zu rennen. Ah ja. Außerdem kannst du Tab drücken, damit dir eine Karte von der Gegend angezeigt wird. Drücke wieder Tab, damit die Karte wieder weg geht. Wie nützlich. Das ist wirklich nützlich. Hm. Kann ich das mir anschauen? So ein bisschen? Ah, das. Hotel der Verzweiflung? Ich schätze, dass man hier nachts schläft, aber... Wie auch immer, ich muss erstmal zur Eingangshalle. Okay. Dann gehen wir erstmal zur Eingangshalle. Hier? Ich frage mich, was hinter dieser roten Tür ist. Wenn ich hier weiter rumstehe, wird mir sicher schwindelig. Wegen der Tür? Ah. Wie meine, habe ich jetzt die Karte? Ah. Will ich die... Wo will ich genau hin? Ich mag übrigens den Stil hier sehr. Will ich hier rein? Ja. Als ich wieder zurück in die Eingangshalle war... War der Rest schon da. Wow, hey. Noch ein neuer? Ha? Dann seid ihr alle... Vielleicht sollte ich nicht über die Synchro-Sachen reden. Lassen wir das einfach so. Das sind 15 Personen. Das sind die Karte. Das sind die Karte. Das sind die Karte. Das sind die Karte. Vor mir stehen die ultimativen Schüler. Wie sorgfältig von der Schule ausgewählt wurden. Ich sah mir alle an, die sich hier versammelt haben. Um mir ihre Gesichter einzeln zu merken. Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Aber ich schwöre, sie strahlen alle so eine... Einzigartigkeit aus. Äh, wie geht's? Ich heiße Makoto Naigi. Tut mir leid, dass ich spät bin. Es ist eine Menge passiert und dann war auf einmal... War ich auf einmal am Schlafen. Hä? Du auch? Hm. Es wird ja immer eigenartiger. So seltsam. Für mich ist das Zweifelssohn eine richtig seltsame Situation. Äh, was meinst du damit? Ich weiß wirklich nicht, was hier gerade abgeht. Warte kurz. Es gibt etwas anderes, worüber wir sprechen müssen. Makoto, deine Verspätung ist unakzeptabel. Du weißt doch sicherlich, dass das Treffen genau um 8 Uhr beginnt. Am ersten Tag zu spät zu sein, ist unaussprechlich. Ich werde dich melden und du wirst bestraft. Aha. Was ist dein Problem? Ist ja nicht so, als wollte er zu spät kommen. Er hatte da keine Kontrolle drüber. Jetzt beruhigt euch doch mal. Warum gehen wir nicht erst einmal herum und stellen uns einander vor? In Ernst? Jetzt haben wir für dumme Vorstellungen keine Zeit. Vielleicht. Aber es wäre gut, wenn wir erst einmal wissen, wer wir alle sind. Bevor wir uns den größeren Problemen widmen. Ich meine... Wie sollen wir überhaupt miteinander reden, wenn wir noch nicht einmal den Namen der anderen wissen? Das ist ein gutes Argument. Okay. Dann bringen wir die Vorstellung hinter uns, damit wir mit dem Rest weitermachen können. Hört sich das gut an? Ich bin immer noch total verwirrt. Aber jetzt wäre es wohl erstmal besser, dass ich die anderen kennenlerne. Ich schätze, das ist wohl die beste Gelegenheit, die ich kriegen werde. Ich habe schon über sie im Hope's Peak Academy Forum gelesen, aber ich weiß ja immer noch nicht, wie sie drauf sind. Zeit, das herauszufinden. Ich frage einfach mal... Ich fange einfach mal mit den vier... Hier fünf an. Gehe mit dem Curse auf einen Schüler und drücke die linke Maustaste, um mit der Person zu reden. Ja, 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 ja. Äh, mit Leuten zu reden ist der Weg, wie du in diesem Spiel weiterkommst. War schon so, als wäre das eine Visual Novel, ne? Warte mal, ich sehe etwas. Darf ich das, äh, forschen? Lass mich mal ganz kurz was trinken, ja? Übrigens, das wollte ich vorhin auch mal anmerken, dieser Stil hat ein bisschen was von... Rapper the Rapper irgendwie, von den ganzen Papieraufmachungen oder so. Ich mag den irgendwie sehr, auch irgendwie den ganzen Vibe hier. Der ist super cool. Ich wüsste gar nicht, dass das Spiel so aufgebaut ist. Bis ich es halt, wie gesagt, mal für ein paar Minuten selber angefangen habe. Soweit war ich auch. Ich habe auch mit allen einmal geredet. Und, ähm, weiter kam ich nie. Ich hatte dann irgendwie mir gedacht, hm, wäre das nicht cool, das als Video zu bringen? Und jetzt bin ich hier. Über einen Monat oder so später. An der Überwachungskamera hängt etwas, das wie eine Waffe aussieht. Aber nie im Leben ist das eine echte Waffe. Oder? Hm. Fragen wir mal an. Aber wenn... Oh. Hifumi Yamada. Ultimativer Otaku. Übrigens, wie viel weißt du über die Welt von 2D? Die Welt von 2D? Naja, in dieser Welt bin ich bekannt. Und hoher angesehen als der ultimative Otaku. Ich habe einmal 10.000 Kopien von einer meiner Fancomics an einem Schulfest verkauft. Solch eine Legende. Einige von ihnen habe ich natürlich nicht verstanden. Haben es natürlich nicht verstanden. Und meinen, ich hätte das Fest ruiniert. Wie dumm kann man sein? Wer hat Dojinshi verkauft? Hast du Hentai verkauft? Sorry, wenn ich das einfach so annehme. Aber, aber... Sehr ehrlich mit mir. Das ist schade für sie. Aber 10.000 Kopien so zu verkaufen ist definitiv erstaunlich. In Dojinshi auf jeden Fall, ja. Was diese Idioten sagen, kümmert mich nicht. Ich bin wie Van Gogh. Nicht wertgeschätzt in meiner Zeit. Ich bin ein Soldat und arbeite Tag und Nacht daran, um solche hirnlosen Vorurteile über Fanfiction zu zerstören. Ich bin mir sicher, dass die Bedeutung meiner Arbeit Doof von dir wertgeschätzt werden kann. Wenn du sie dir anziehen würdest, Herr Naigi. Denn mein Werk trifft von Inhalt. Was? Was für Inhalt? Es geht darum, unsere niedrigsten Dränge zu befriedigen. Yep, Assistentai. Ich glaube nicht, dass ich das wertschätzen will. Oh, ich bin Leon Kuata. Ich vergesse manchmal, dass sie labern. Leon Kuata. Ultimativer Baseballer. Hier kommt dieser Name bekannt vor. Er hat für die nationalen Champions den Cleaner-Pitter gespielt. Der ultimative Baseballer. Und dieser talentierte, athletische Mann, Das bist du? Ernsthaft? Hä? Was ist los? Nichts. Ich bin nur überrascht. Ich hätte halt gedacht, dass der ultimative Baseballer... Nun ja... Was hast du erwartet? Dass ich einen rasierten Kopf habe? Rasierter Kopf? Nein. Ich habe hier mir einen, du weißt schon, sportlich aussehenden, traditionellen Baseballspieler erwartet. Ich meine, als ich den Artikel mit dem Bild von dir online gefunden habe, sahst du genau so aus. Was? Mann, du hast ein Foto von mir gesehen? Wie ich Baseball gespielt habe? Ernsthaft? Ach, ich hasse dieses Bild. Das ist nicht cool. So gar nicht cool. Ernsthaft? Das ist mir gerade irgendwie richtig peinlich. Ich hatte keine Wahl, okay? Sich den Kopf zu rasieren gehört zu den Regeln der Nationalmeisterschaft. Aber jetzt weigere ich mich, mir den Kopf zu rasieren. Und ich werde mir die Haare auch nicht wieder zurückfärben. Obwohl... Kann ich mir ehrlich mit dir sein? Ich mag Baseball gar nicht. So überhaupt nicht. Ich bin nicht einmal zum Training gegangen. Er hat niemals trainiert? Und trotzdem war er Profi? Das ist mein Naturtalent. Und als ich hier akzeptiert wurde, habe ich mit Baseball Schluss gemacht. Ich habe einen eigenen Träum für die Zukunft. Einen Traum für die Zukunft? Ein Weg im Leben. Ich werde ein Sänger sein. Ich strahle doch schon diesen Star-Vibe aus, stimmt's? Ich als Sänger. Jetzt brauche ich nur noch einen Songwriter und jemand, der die Gitarre spielt. Und fertig. Das neue Ich, das meinem Traum hinterher rennt. Das ist irgendwie so... Total cool! Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas von einem Baseball-Profi hören würde. Hm. Sayaka Maizono. Ich habe gehört, es gibt einen Typen, der hat ein ganzes Haus voll von dir. Es gibt ein gutes YouTube-Video dazu, das könnt ihr euch anschauen. Wie sie sich bewegt ist. Faszinierend. Und dieser angenehme Duft, den ich nicht ganz zuordnen kann. Sayaka Maizono. Als ich ihren Namen in diesem Online-Thread gesehen habe, war ich ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Sie ist in einer Pop-Group, die im ganzen Land bekannt ist. Und zwar ist sie die Liedsängerin. Als das ultimative Pop-Idol wird sie jeder im Fernsehen oder im Magazin sehen. Aber eigentlich ist das nicht der einzige Grund, weshalb ich überrascht war zu wissen, dass sie auf diese Schule geht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich nicht mehr daran erinnert, aber... Naja, ist ihr auch egal. In jeder Hinsicht ist sie wunderschön. Passt wie eine Puppe oder so. Ich bin keine Puppe übrigens. Ich bin am lieben. Hä? Hast du mich gehört? Ich bin übersinnlich. Hä? Oh, das passt. Ich hab bloß eine gute Intuition. Sie ist schlau. Anno? Oh. Kann es sein, dass... Was jetzt? Ja, das muss es sein. Da bin ich mir sicher. Hey, Makoto, warst du... Also ehrlich, wie lange wollt ihr unsere wertvolle Zeit noch mit diesem Kaffeekränze verschwenden? Oh, tut mir leid. Ich schätze, ich wurde ein bisschen mitgerissen. Wenn man sich vorstellt, stellt man sich vor... Wenn man sich vorstellt, stellt man sich vor... Nutzloses Geplapper hat da nichts verloren. Du... Du hast recht. Tut mir leid, Makoto. Wir können später mehr reden. Es hörte sich so an, als wir Sayaka wirklich etwas loswerden. Aber es ist ja nicht so, als würden wir uns später nicht wiedersehen. Wir können ja später miteinander reden. Toko Fukawa. Ultimative Autor. Genau. Als sie 10 war, hat sie einen Roman geschrieben, wodurch jeder auf ihre literarische Karriere aufmerksam wurde. Vor zwei Jahren hat sie ihr Meisterwerk, so verweilt der Ozean, veröffentlicht. Eine berühmte Liebesgeschichte. Das Buch war so ein Erfolg, dass Fischer in einer Umfrage über die heißesten Männer an die Spitze stiegen. Boah, jetzt Fischer sein, ja. Ist mir ganz beliebt bei den Ladies. Erstmal was trinken. Trotz ihrem Alter hat sie zahlreiche Literaturpreise gewonnen. Und all ihre Bücher sind sofort Bestseller. Deswegen wurde sie dann mit der Zeit bekannt als die ultimative Schriftstellerin. Wie könnte man sonst so eine junge und talentierte Autorin nennen? Aber ich hätte gedacht, dass sie so eine... Ich hätte nicht... Aber ich hätte gedacht, dass sie so eine Turteltaube wäre, da ihre Meisterwerke ein Liebesroman ist und so. Was? Dann sollte niemanden so anstarren. Weißt du? Hör auf, mich anzustarren! Als wäre ich irgendeine dreckige Kreatur! Dreckig? Nein, ich dachte bloß... Ich weiß schon, was du dachtest. Du dachtest, dass du noch nie so eine hässliche Frau gesehen hast. Du dachtest dir... Das ist so lustig. Nein, das dachte ich überhaupt nicht. Jetzt lück hier nicht drum! Ich weiß, dass das wahr ist! Sonst würdest du... Ich weiß, dass du es nicht ausstehen kannst, mich anzusehen! Was auch immer es ist, ist mir auch egal. Das bin ich schon gewohnt. Wow. Das nenne ich meinen Minderwertigkeitskomplex. Ich hätte mir eine erfolgreiche Autorin anders vorgestellt. Kiyotaka Ishimaru. Ultimativer Wegweiser Das ist also Kiyotaka Im Thread stand über ihn, dass er auf eine berühmte Privatschule gegangen ist Und jedes Jahr ein ausgezeichneter Schüler war Er ist so gut wie perfekt Er ist auch für seine Arbeit mit dem Komitee für öffentliche Moral bekannt Er hat für seine Gesellschaft gearbeitet Scheinbar sind Regeln alles für ihn So dass er sich den Titel des ultimativen Vertrauensschülers verdient hat Wie auch immer, nämlich Taka Du sagtest, dein Name wäre Makoto Naegi, richtig? Das ist ein guter Name, sehr stark Du solltest deinen Eltern dankbar sein, dass sie dir so einen tollen Namen gegeben haben Und damit ist dieser Name seinen Wert nicht verliert Musst du jeden Tag alles geben Für das Leben lohnt es sich, sich mal ein bisschen anzustrengen, stimmt's? Genau Dieser Typ werft irgendwie Okay, jetzt sind diese 5 hier dran Eine Menge Charakter, hm? Ist das Zorro-Synchron-Sprecher? Das kommt mir super bekannt vor Mondo-Owada Multimativa Gangster Mondo-Owada, hm? Das bedeutet Dass er der jetzige Anführer der größten Motorrad-Club-Motorrad-Club-Motorrad-Clubs in Japan ist Er hat sich von jeder Gang im Land Respekt und sogar Ehrfurcht verdient Er ist der ultimative Biker Äh, freut mich auch Klar Er sollte vorsichtig mit ihm sein Ein falsches Wort und ich könnte bei den Fischen schlafen Junko Enoshima Ultimatives Mod Jeder würde die hier erkennen Sie hat mehr Charme und Präsenz als jedes andere Mädchen im Lande Sie ist der ultimative Mode-Freak Ich habe sie auf jede Menge Magazin-Cover gesehen, aber Irgendwie siehst du in echt voll anders aus Oh, du meinst die ganzen Cover-Fotos und den Müll da? Natürlich, die bearbeitet man Bearbeitet? Ja, du weißt schon Filter bis in die Hölle Mit Computern und so Oh, also sind die nicht echt? Komm schon, sei nicht so überrascht Das deprimiert mich voll Es ist heutzutage völlig normal, dass man diese Cover-Fotos krass bearbeitet Wenn dich das überrascht Dann würde dich unsere kleine gefährliche Diva hier vom Hocker hauen Sie machen ihre Augen so richtig groß Und sie verfeinern die Haut Damit sie so porzellanmäßig wie möglich aussieht Oh So viele Träume wurden heute zerschmettert Na, ich geh, please Oh Ah Darf ich fragen, wer du bist? Name war Kirigiri Kyoko Kyoko Kirigiri Kein Talent Fragezeichen Ist echt verkniffen, huh? Oh, aber warte mal Ihr Name taucht doch irgendwo in diesem Hope's Peak Akademi Äh, Akademi Ihr Name tauchte irgendwo in diesem Hope's Peak Akademi-Thread auf Und ich habe auch gesehen, dass es so Schüler wie mich gibt So Leute, die keine richtige Identität oder Präsenz haben Könnte dieses Mädchen einer von ihnen sein? Ähm, also, warum bist du hier auf der Schule? Was soll das heißen? Nein, ich meinte bloß Wen, wenn man hier angenommen wird Muss man irgendwie richtig gut sein, stimmt's? Also was hast du für ein Talent? Warum sollte ich dir das sagen? Huh? Na ja, ich schätze, du musst es mir nicht sagen Das muss ich auch nicht Und deswegen mache ich es auch nicht Ich habe online nichts über sie gefunden Also kann es sein, dass sie, auch wie ich, ausgewählt wurde, aber Ihr Gesicht ist wie eine eiserne Maske Wenn sie mir nichts sagen will, macht es keinen Sinn, sie weiterzufragen Chihiro Fujisaki, ultimativer Programmierer Tut mir leid, aber mir ist es immer peinlich, wenn ich mich so vorstelle Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir uns hier stehen werden Das hoffe ich auch Ich werde dich kennenzulernen Vielleicht ist es nur meine Einbildung, aber Haben wir uns schon einmal getroffen? Äh, das glaube ich nicht Wir sehen uns gerade zum ersten Mal Sonst hätte ich mich daran erinnert Ja, das macht Sinn Tut mir leid Dafür musst du dich nicht entschuldigen Ja Chihiro Fujisaki ist für alle die moderne Programme bekannt Was? Ist für all die modernen Programme bekannt, die sie entwickelt hat Sie ist die ultimative Programmiererin Sie hat die Persönlichkeit eines kleinen Häschens, wodurch sie ganz viele Fans bekommen hat Hey, also Es tut mir wirklich leid Hä? Was ist denn jetzt? Naja, weil Du scheinst aufgebracht zu sein Du bist wohl sauer auf mich, oder? Nein, überhaupt nicht Ich habe mir nur Gedanken über etwas gemacht Oh, Gedanken Es ist nicht so, als wäre ich aufgebracht, oder so Das ist gut Ich hätte Angst, dass du mich vielleicht nicht mögen würdest, oder so Da bin ich froh Ich verstehe langsam, warum sie so viele Fans hat Oh, du hast ja geleckt, hä? Aoi Asahina Ultimativer Schwimmer Aoi Asahina Seit der Grundschule bricht sie Rekorde in jedem Wettbewerb Sie wurde sogar als eine der zukünftigen olympischen Athletinnen ausgewählt Sie ist ohne Zweifel die ultimative Schwimmerin Das Zusammenspiel von ihrer Fähigkeit, ihrem Aussehen und, äh Äh Ihren Proportionen wurde online viel diskutiert Also, äh Wie heißt das noch gleich? Sorry, ich habe es total vergessen Makoto Naigi Oh ja, ich wusste, dass es so etwas ist Nein, nicht so etwas Das ist mein Name Ja, klar, ich werde es mir merken Makoto Naigi Makoto Naigi Er wird den Namen immer wieder ausgesprochen und bewegt den Finger auf ihrer Handfläche Als würde sie etwas schreiben Was tust du da? Das weißt du nicht? Wenn du dich an den Namen von jemandem erinnern willst, schreib ihn dir dreimal auf die Handfläche Davon habe ich noch nie in meinem Leben gehört Hey, übrigens Wie buchstabiert man deinen Nachnamen? Genau so, wie man ihn ausspricht Naja, ich habe keine Ahnung Ich bin da später heraus und dann schreibe ich ihn mir auf Auf jeden Fall war nett, dich zu treffen Ja Und ja, zumindest habe ich herausgefunden, dass sie unbeschwert und energiegeladen ist Jetzt bleiben nur noch die vier hier übrig Erstmal was trinken So Celestia Ludenberg Ultimativer Kartenspieler Celestia Luden... Huh? Ludenberg Das ist mein Name Aber wenn es dir nichts ausmacht, kannst du mich auch einfach Celeste nennen Äh, du bist aber Japanerin, oder? Huh? Natürlich Warum fragst du? Kannst du mir dann vielleicht deinen echten Namen verraten? Hehehe Ich weiß gar nicht, was du damit meinst Celestia Ludenberg ist mein echter Name Aber wie schon erwähnt Ich würde es bevorzugen, wenn du mich Celeste nennen würdest Sie ist höflich Aber zur selben Zeit auch aufdringlich Ich glaube nicht, dass sie weiter darüber reden will Ich schätze, die Gerüchte über sie in dem Thread waren richtig Celestia Ludenberg So wie sie sich nennt, ist sie die ultimative Zockerin Die noch keine Wette verloren hat Außer die Tatsache, dass sie Gothic-Kleidung trägt Gothic-Kleidung offensichtlich liebt Ist alles über sie in den Schleier der Lügen gehüllt Hab ich richtig gelesen? Man sagt, dass sie an einem geheimen Glücksspiel-Turnier teilgenommen hat Sie bekam den Titel Der Königin der Lügen Sie hat die anderen Spieler besiegt Und hat ihre Lieblings- Äh, Lebensersparnisse genommen Alles während sie gelacht hat Hehehe Ich wollte mich schon nicht besser kennenlernen Hehehe Dieses Lächeln ist trügerisch Ich sollte in ihrer Anwesenheit auf mich aufpassen Yasuhiro Hagakure Ultimative Hellseher Yasuhiro Hagakure Bekannt als die Supernova in seiner Gemeinde Die zukunftsweisende Ultimative Der zukunftsweisende Ultimative Hellseher Ehrlich gesagt halte ich nicht viel vor diesem Hellseekram Es geht für mich ein bisschen zu weit Trotzdem frage ich mich Ob da irgendeine Wahrheit dahinter steckt Ah, okay, ich geb auf Was ist los? Ich hab es gesehen Ich saß mir an und Ernsthaft, ich hab's total gesehen Was hast du gesehen? Ein Schutzengel Mit einer verrückten Dauerwelle Der Bigfoot hinterher rennt In einem Himmelsfisch Im Mund Und dieser Schutzengel Ist dein Schutzengel Hahaha Ne, das war nur Spaß Aber hey Wir sollten uns irgendwann mal ein paar Bierchen schnappen Und über Lemuria und die Zivilisation quatschen Was? Wir dürfen nicht trinken Wir sind in der Highschool Oh, ich bin schon 21 Ich bin ein paar Mal sitzen geblieben Und Naja Ist ne lange Geschichte Ein paar Mal? Ja Ich wette Das ist deine lange Geschichte Togami Byakuya Byakuya Togami Ultimative Erbe Hi, äh Es ist nett dich zu treffen Das ist die halbherzigste Vorstellung Außergewöhnlich Ogami Ogre Da ohne es überhaupt zu merken Dann hat sie begonnen Meinen ganzen Körper zu betasten Äh Was machst du da? Na du Fock Deine Muskeln Sie sind so Sie sind so wie man sie Von einem durchschnittlichen Jungen In der Highschool erwarten würde Hm Hm Was für eine Schande Du eignest dich also nicht Als mein Trainingspartner Ich glaube nicht, dass man Dass das für mich eine Schande ist Und damit sind die Vorstellungen vorbei Obwohl sie alle talentiert sind Haben sie alle ihre Eigenen Individuellen Irgendwas Gut Nun lasst uns zur Sache kommen Wir haben hier keine Zeit Um herumzustehen Und uns anzufreuen Als wären wir irgendwelche Sehbehinderten Paviane Oh das stimmt Wollen wir nicht darüber reden Was hier passiert ist? Naja Weißt du Makoto Du hast gesagt Dass einiges passiert ist Und du dann einfach Eingeschlafen bist Richtig? Naja das gleiche Betrifft uns alle Was? Ernsthaft? Kurz nachdem wir in die Eingangshalle gegangen sind Wurden wir ohnmächtig Und als wir aufgewacht sind Waren wir irgendwo in der Schule Bei dir war es genauso Richtig? Aber das ist einfach Komisch Dass wir alle so bewusstlos werden Eben Deswegen rasten wir so aus Und das ist nicht das einzige Ihr habt gesehen Wo die Fenster im Klassenzimmer Und im Flur sind Richtig? Aber anstatt Dass da normale Glasfenster sind Sind dort eine Menge Metallplatten Was hat das zu bedeuten? Außerdem fehlt unser Kram Selbst mein Handy Ja Du hast recht Ich habe auch irgendwo Mein PDA gesehen Irgendwo mein PDA gesehen Und dann gibt es doch Diese Eingangshalle hier Der Eingang wird von irgendeiner Riesigen Metallluke Komplett versperrt Aber so etwas war hier nicht Als ich herankam Was zur Hölle Macht das hier? Vielleicht wurden wir in irgendein Du weißt schon Verbrechen eingewickelt Oder so? Was? Wie eine Entführung? Glaubst du Jemand hat uns mitgenommen Und verschleppt? Und Wir sind gar nicht in der Schule? Mama Kommt schon Jetzt denk nicht so Kopf hoch Ich wette Das alles ist bloß Teil der Eintrittszeremonie Die Schule steckt dahinter Ja Ich bin mir sicher Dass es so ist Deswegen gehe ich Das erst mal alles locker an Super Du denkst also Dass sie etwas tun wollen Um uns zu überraschen? Hä? Ähm Naja Wenn das alles ist Gehe ich jetzt pennen Ey Meine letzte Nacht Voll spät noch war Also Könnte ich ein kleines Nickerchen gebrauchen Ich habe gespürt Wie die Anspannung Anspannung dahin verschwand Aber dann hat es begonnen Diese Stimme fühlte sich so an Als würde sie nicht hierhin gehören Ich war so verspielt Völlig Unbekümmert Als ich die Stimme gehört hatte Konnte ich nicht anders Als eine tiefe Nervenaufreibende Furcht zu verspüren Es war wie Als würde man am Ort eines Unfalls Jemanden lachen hören Was zur Hölle war das gerade eben? Also dann Wenn ihr mich entschuldigt Hey 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 Was hast du jetzt einfach so ab? Ah ja Jetzt kapie ich's Die ganze Sache passiert hier nur Damit wir für die Einlasszeremonie fit sind Ha man Zum Glück War das alles ein Scherz Ich hätte mir total in die Hosen gemacht Wenn das echt gewesen wäre Alles klar Dann gehe ich auch mal dahin Ich frage mich Was wir jetzt für uns geplant haben Verdammt Die haben mich schon richtig Auf das Nickerchen gefreut Warum muss man mir das vermiesen? Wartet auf mich Ich will mit dir gehen Das wäre dann geklärt Ich sehe euch alle dort Nicht dass es jemanden interessiert Aber ich werde auch gehen Alle haben sich zum Weg In die Turnhalle aufgemacht Weil ich konnte mich nicht bewegen Dieses unbehagliche Gefühl Das ich vorhin gespürt habe Ich kriege es nicht aus meinem Kopf Und es sieht so aus Als wäre ich nicht der Einzige Das Irgendwas stimmt hier nicht Ja Diese Ankündigung war Richtig komisch Vielleicht Aber hier zu bleiben Bedeutet nicht Dass wir in Sicherheit sind Außerdem Seid ihr nicht ein bisschen neugierig Raus zu finden Was hier passiert Na du Frau Wenn wir nicht vorankommen Lernen wir nichts Deshalb haben wir keine andere Wahl Als weiter zu machen Ich schätze Sie hat recht Aber trotzdem Ich bin irgendwie Nein Ich bin richtig nervös Wir haben keine Wahl Wir müssen da hingehen Man will Will dass wir zur Turnhalle gehen Stimmt's Ja Wir speichern mal Und ähm Wenn hier lasse ich euch noch nicht alleine Machen wir weiter Will ich mit den anderen reden Oder Ich kann verlassen Geht es dir gut Geht es allen gut Wenn wir jetzt nicht vorankommen Lernen wir nichts Wir müssen also weitermachen Ich weiß wie du dich fühlst Aber Jetzt müssen wir uns erstmal Mit der Situation bekannt machen Richtig Hallo Nein Ich hab meinen Cursor Nicht richtig gesehen Irgendwas stimmt hier nicht oder Wenn das nur ich Was zur Hölle Soll das ein schlechter Scherz sein Scheiße Was ist das für ein Spiel von denen Was war das eben mit dieser Ankündigung Die war irgendwie Total Gruselig Dann gehen wir mal In die Sporthalle Willst du die Gegend verlassen Ja Okay Ähm Ich schätze mal da wo Das Feld ist Das hier ist Ja Sieht da noch aus Ich hätte nie gedacht Dass die HopeSpeak Academy So scheiße nervig wäre Das ist gar nicht so anders Wie damals Als ich im Jugendknast war Ja Dieser Ort ist noch schlimmer Und warum ist hier niemand Als ich durch den Flur gegangen bin Habe ich keine andere Person gesehen Ist das nicht voll schlecht und so Sie wollen nur dass wir Angst kriegen Sie nehmen später die Metallplatten runter Da bin ich mir sicher Jetzt können wir nur auf das Beste hoffen Und uns auf das Schlimmste vorbereiten Wer nicht wagt Der nicht gewinnt Von wegen Ich habe keine Angst Oder so Bringen wir es einfach hinter uns Hey Wer wollte das hier aufkreuzen Mondo Hör auf Kein Rennen Ich sollte auch gehen Hey Warte Lass mich hier nicht allein Ach ja Ich habe noch eine Kleinigkeit Vergessen Deshalb kannst du dir den Raum In dem du bist Genauer anschauen Ah ok So bist du in der Lage zu sehen Oh sorry Somit bist du in der Lage zu sehen Womit du interagieren kannst Das könnte Leute Oder auch Objekten sein Achso Ah ja Wahrscheinlich soll ich Dann den Monitor rauschecken Reden wir erstmal mit den Leuten Oder Ne Wir checken erstmal die Sachen aus Diese Schule hat viele Fernseher Die können doch nicht für alle Nur für diese merkwürdigen Schulübertragungen sein Oder Naja Kamera nochmal Noch eine Überwachungskamera Es fühlt sich so an Als würden wir jede Sekunde Beobachtet werden Das gefällt mir nicht Kann ich Was Ja Hinterkirigiri Eine Vitrine Da drin befinden sich Viele Trophäen und Medaillen Natürlich sind all die Schüler Die hier waren Talentiert Deshalb ist das bestimmt Bloß ein Bruchteil Von ihren ganzen Auszeichnungen Völlige Stille Irgendwie ist sie die Einzige Die es schafft Ruhig zu bleiben Oder Vielleicht bilde ich mir Das nur ein Wo sind All die anderen Schüler Warum sind wir hier Die Einzigen Hier sonst nichts mehr Ich kriege Hier echt ein schlechtes Gefühl Bei der Sache Obwohl ich immer noch Ein wenig beunruhigt war Hab ich die Ankündigung Befolgt Und bin in die Turnhalle gegangen Und dort hab ich es gesehen Es sieht wirklich Wie eine Eintrittszeremonie aus Seht ihr Ich hab's doch gesagt Es ist eine völlig Normale Eintrittszeremonie Ero hatte recht Aber das hat uns Irgendwie nicht geholfen Damit wir uns beruhigen Ich hab's doch nicht geholfen Ich hab's doch gesagt Es war das seltsamste, das ich je gesehen habe. Direkt vor meinen Augen, das war, was ich gesehen habe, das war absolut unverständlich. Durch ein fröhliches und sorgenfreies Benehmen passte hier nicht rein. Und all die Angst, die ich hatte, wurde plötzlich viel schlimmer. Boah, der Teddybär kann reden. Beruhigt euch, ich bin mir sicher, dass da drin nur ein Lautsprecher ist. Ich sagte euch bereits, ich bin kein Teddybär. Richter die Lines voll aus? Ich bin Monokuma und ich bin euer Direktor. Ah, es hat sich bewegt. Ernsthaft, Mann, beruhig dich. Das ist doch so ein ferngesteuertes Spielzeug oder so. Wie kannst du es wagen, mich mit Kinderspielzeug zu vergleichen? Du verletzt mich. Noch mehr als deine Gang, Brüder. Meine Wertsteuerung ist so komplex, dass selbst die Leute von NASA es nicht kapieren oder nachmachen können. Aber zerstören wir mal nicht die Träume von NASA. Dazu bin ich nicht berechtigt. Noch? Berechtigt? Wirklich? Du bist so bedauernswert. Also gut, dann lasst uns weitermachen. Wir müssen uns wirklich beeilen und anfangen. Du gibst jetzt schon auf? Keine dumme Bärwortwitze mehr? Alles mit der Ruhe. Na gut, also. Er hat seinen Gag aufgegeben. Leute, seid aufmerksam und beugt euch. Und guten Morgen. Guten Morgen. Das musst du nicht nochmal sagen. Na gut, dann lasst uns mit dieser bemerkenswerten und unvergesslichen Eintrittszeremonie beginnen. Erst reden wir ein bisschen darüber, wie euer Schulleben hier so sein wird. Macht keine Fehler, ihr wenigen Schüler, so voller Potenzial. Ihr seid die Hoffnung der Welt. Und um solch eine prächtige Hoffnung zu beschützen, werdet ihr von nun an hier zusammenleben. Innerhalb der Grenzen dieser Schule. Jeder wird sich hier verstehen und die Regeln und Vorschriften der Schule befolgen. Oh? Ach ja, bezüglich dem Ende eures Zusammenlebens. Das Datum, an dem ihr wieder rauskommt, gibt es nicht. Mit anderen Worten, ihr seid hier bis zu eurem letzten Atemzug drin. Das wird euer Schulleben sein. Was hat das Ding gerade gesagt? Bis zu dem letzten Atemzug? Oh, aber keine Angst. Unser Budget ist ziemlich reichlich. Also werden euch keine alltäglichen Dinge fehlen. Darum machen wir uns gerade keine Sorgen. Ja, echt mal. Du willst, dass wir hier drin für immer bleiben? Das ist doch ein Scherz, oder? Aus meinem Mund kommen keine Lügen. Da könnt ihr euch sicher sein. Und nur zu eurer Information. Ihr seid von der Außenwelt völlig abgeschnitten. Deshalb müsst ihr keine Gedanken mehr an dieser blöde Welt da draußen verschwenden. Abgeschnitten? Also, all die Metallplatten, die in den ganzen Schulen verteilt sind. Sie sind da, damit wir nicht rauskommen? Genau, deshalb sind sie da. Ihr könnt auch so viel heulen und nach Hilfe schreien. Aber es wird niemand kommen. Dementsprechend könnt ihr also gerne hier für hier sein und völlig selbstvergessen euer Leben führen. Komm schon. Was zur Hölle ist das? Egal, ob die Schule dahinter steckt oder jemand anderes. Aber das ist nur ein richtig schlechter Witz. Oder? Lass die Scheiße, ist nicht mehr lustig. Ihr meint immer wieder, dass das eine Lüge ist, oder? Ein Witz? Ihr seid alle richtige Skeptiker. Aber ich schätze mal, kann nichts machen. Euch wurde beigebracht, dass ihr eurem Nachbarn nicht trauen sollt. Naja, ihr habt genug Zeit, um herauszufinden, ob ich die Wahrheit spreche oder nicht. Und wenn es soweit ist, werdet ihr mit euren eigenen Augen sehen, dass ich völlig ernst meine. Sohn, hier wäre ich hier immer zu leben, wäre ein Problem. Oh, kommt schon. Was ist denn mit euch? Ihr habt euch doch frei entschieden, dass ihr auf die Hobbespeak Academy gehen wollt, oder? Und jetzt, bevor die Eintrittszeremonie überhaupt beendet ist, habt ihr jetzt schon entschieden, dass ihr gehen wollt? Oh, aber stimmt ja. Ich hätte sicher vergessen, eine Kleinigkeit zu erwähnen. Es gibt eine Möglichkeit, wie ihr die Schule verlassen könnt. Wirklich? Als Direktor habe ich eine Sonderregel in die Wege geleitet, und zwar für diejenigen, die gerne gehen wollen. Es geht um einen Abschluss. Erst mich euch mal ein wenig über diese lustige kleine Regel verraten. Ich habe ja bereits erwähnt, dass wir uns gemeinschaftlich zusammenleben wollen, um ein schönes Umfeld zu haben. Wenn jemand aber diese Harmonie unterbricht, darf diese Person die Schule verlassen. Diese Person macht dann einen Abschluss, sozusagen. Nein. Was meinst du damit? Wie unterbricht man die Harmonie? Na ja, weißt du, wenn jemand jemand anderen tötet... Tötet? Abstechen, Erwürgen, Erschlagen, Abhaken, Anzünden und so weiter und so fort. Wie man es macht, ist egal. Man muss jemanden töten, wenn man gehen will. So einfach ist das. Den Rest überlasse ich euch. Gebt euer Bestes, damit alles ein schönes Ende findet. So schlimm wie möglich. Ein kalter Schauer lief meinem Rücken hinunter. Man muss jemanden töten, wenn man gehen will. Sobald ich das gehört habe, erstarrte mein Körper. Ich wette, dass ihr jetzt ein bisschen fitter in der Birne seid. Dagegen ist mein Leben in der Wildnis nichts. Ich sagte ja schon, ihr seid die Hoffnung der Welt. Aber wisst ihr, wenn man diese Hoffnung nimmt und sie im Kern erstickt, entsteht ein dunkler Schatten der Verzweiflung. Und das finde ich einfach so aufregend. Was zur Hölle sagst du da, dass wir uns gegenseitig töten sollen? Das ist doch... Töten bedeutet, dass man jemanden ja nun... Nun ja... Tötet. Ich bin mir sicher, dass hier noch irgendwo ein Wörterbuch ist. Wir wissen, was das bedeutet. Das ist nicht das Problem. Was müssen wir uns... Warum müssen wir uns gegenseitig töten? Ja, hör auf zum Plappern, Lensas und einfach nach Hause. Plappern? Ihr kapiert es einfach nicht, oder? Ich bin Hause, lass mich gehen. Immer wieder sagt er das Gleiche. Hör zu. Und nun an ist diese Schule euer Zuhause. Euer Leben. Eure Welt. Erstanden. Und ihr könnt so viel töten, wie ihr dazu Lust habt. Deswegen könnt ihr ein richtiges Blutbad veranstalten. Alles klar. Komm schon. Wie lange machst du jetzt damit noch weiter? Äh? Du hast es geschafft. Du hast uns einen Schrecken angejagt. Deshalb kannst du jetzt damit aufhören. Tu nicht mehr so. Tun? Wie tun? Ich meine, das ist doch alles gar nicht ernst gemeint. Stimmt's? Also tu nicht mehr so, als... Du weißt schon. Alter, halt die Klappe und geh weg. Und nun schob hier zur Seite und stellte sich vor Monokuma hin. Seine Stimme grollte wie der Dommer. Donner. Hammer, Arschloch! Die Scheiße geht zu weit. Was für ein Scheißwitz ist das? Witz? Was? Wie deine Frisur? Du Kleiner! Und nun brüllte los und dann gab es plötzliches Knarzen. Das war das Geräusch der Flurbretter, als sie sich in der Luft katapultiert hat. Er flog auf Monokuma zu, so schnell und direkt wie eine Kugel. Er hat sein Ziel anvisiert und ließ es nicht los. Das war das Geräusch der Flurbretter, als sie sich in der Luft katapultiert hat. Er ist diesmal dein kleinen klugscheißer Spruch auf Lager? Hör mir dem Scheiß, piepst auf und sag was! Pass auf! Das Ding... Lass das Ding los! Schnell! Wirf es weg! Gleich hat ihre Bissigkeit ihnen zum Schweigen gebracht. Aber ohne ein Wort zu verlieren, tat er das, was sie ihm gesagt hat. Er hat Monokuma weggeworfen. Und kurz nachdem er das gemacht hat... Was zur Hölle? Das war auf jeden Fall kein Witz! Es ist in die Luft geflogen, verdammt nochmal! In meinen Ohren war ein schmerzhaftes Klingen. Und ich konnte Schießpulver riechen. Explosionen passieren, vielleicht in meinen Filmen und so. Aber wenn es im echten Leben passiert... So etwas habe ich noch nie gesehen. Aber... Aber... Wisst ihr, was das bedeutet? Dass ein Teddybär kaputt ist, oder? Ich sag doch, ich bin kein Teddybär! Ich bin Monokuma! Noch einer! Oh, kleines Dexie! Du hast dich gerade ernsthaft versucht zu töten! Naja, ist klar! Ich wollte gerade dich wirklich töten! Ich sicherst du gegen die Regeln verstoßen! Ich drücke dieses eine Mal ein Auge zu! Aber von nun an solltest du vorsichtiger sein! Jedem, der die Regeln bricht, wird nicht mehr bloß ein Arsch versohlt! Hey! Also bedeutet das, dass es dich überall gibt? Monokumas wurden in der ganzen Schule verteilt, ja! Außerdem, bitte vergesst nicht, dass überall Überwachungskameras installiert wurden! Wenn ihr dabei erwischt werdet, wie ihr die Regeln bricht! Und ja, ihr habt gesehen, was passiert ist! Stimmt's? Das nächste Mal werde ich bei meiner Bestrafung nicht so gnädig sein! Ich will das nicht noch einmal sehen! Das ist doch keine Bestrafung! Das ist einfach falsch! Nun, zu guter Letzt, damit wir euren fröhlichen Eintritt in unsere Schule feiern, habe ich eine Kleinigkeit für euch! Das ist unser offizielles Schülerhandbuch! Ziemlich cool, nicht wahr? Wie ihr sehen könnt, ist das völlig digital! Also natürlich nennen wir es das E-Handbook! Ja, nun, wir machen weiter! Dieses Handbuch ist euer Schulleben! Für euer Schulleben hier besonders wichtig! Also verliert es nicht! Wenn ihr es anmacht, wird euer Name angezeigt! Geht also immer sicher, dass ihr das Richtige habt! Das ist doch kein normales Notebook! Man kann es für vieles benutzen! Außerdem ist es völlig wasserdicht! Ihr könnt es unter Wasser halten oder bespritzen, aber es geht nicht kaputt! Und dank dem Space-Age-Design hält es eine Menge aus! Das ist sehr widerstandsfähig! Darin befinden sich all die Schulvorschriften! Deshalb solltet ihr sie euch mal gründlich durchlesen! Ihr werdet mich das oft sagen hören! Aber die Regeln zu brechen wird nicht toleriert! Regeln schränken uns ein, ja, aber sie schützen uns auch! Die Gesellschaft, zum Beispiel, wäre ohne das Gesetz chaotisch! Bei uns ist es genauso! Deswegen ist es wichtig, dass wir strenge Bestrafungen für Leute haben, die die Regeln brechen! Okay, nun ja, das bringt unsere Eintrittszeremonie zu einem Ende! Bitte genießt euer trostloses Schulleben! Wir sehen uns dann! Und damit war er weg! Und er ließ uns alle starr da stehen! Also, Leute! Wie würdet ihr das, was wir gerade gesehen haben, definieren? Wie? Warum? Ich verstehe nichts davon! Wir müssen uns hier für immer bleiben! Oder töten! Was ist gerade passiert? Leute, beruhigen wir uns erst einmal! Zuerst müssen wir uns kurz die Zeit nehmen und uns einen Überblick über die Lage schaffen! Auf der Grundlage dessen, was uns Monokuma gesagt hat, haben wir zwei Möglichkeiten! Entweder bleibt jeder hier und wir leben ein gemeinschaftliches Leben, bis wir sterben! Oder... Wenn wir ein Leben draus wollen, müssen wir jemanden töten! Was ist das? Aber... Jemanden zu töten! Das ist doch... Wir wurden aus dem Licht entführt und in diesen Ort gesteckt! Der wie eine Schule aussehen soll! Und jetzt sollten wir uns gegenseitig töten! Das ist... Das ist... Was ist das? Eine Lüge! Das ist... Ist das mehr nicht! All diese lächerlichen Sachen, die wir gehört haben! Das kann nicht wahr sein! Jetzt gerade ist es egal, ob das ernst gemeint ist oder nicht! Wir müssen eine Sache klären! Gibt es hier jemanden, der das überhaupt ernsthaft überlegt zu tun? Darauf hatte niemand eine Antwort! Ich blieb selbst leise und schaute mir die anderen an! Wir haben uns alle gegenseitig angeguckt und versucht, die Gedanken der anderen zu lesen! Wir waren keine Freunde! Und dann habe ich es bemerkt! Ich habe bemerkt, wie schrecklich diese Regeln von Monokuma wirklich sind! Man muss jemanden töten, wenn man gehen will! Durch diese Wörter bildeten sich grausame Gedanken in unseren Köpfen! Jeder von uns war gegenüber den anderen Misstrauen! Wir fragten uns alle, wird uns jemand verraten? Und von nun an beginnt mein neues Schulleben! Diese Schule, die aus dem Nichts gekommen ist, um meine Hoffnung zu wecken! Das war keine Schule der Hoffnung! Das war sie nie! Ihr wartet nur der Tod der Unverzweiflung auf uns! Ollo! Willkommen! Das Ende Überlebende 15 Fortsetzung folgt Fortsetzung folgt! Fortsetzung folgt! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Warte mal, ist das Kegis Sub-Alert? Ist Kegis Sub-Alert? Einfach Dank an Romper? Ich hatte keine Ahnung. So. Na, 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 na. Wie es aber weitergeht? Frech, dass es einfach so weitergeht mal, nachdem ich gespeichert habe. Aber wie es weitergeht, sehen wir dann morgen wieder. Ich hoffe, es hat euch, äh, soweit erstmal gefallen. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen angefixt von der Story und, ähm, ja, ich hoffe, ihr seid gespannt, wie es weitergeht hier. Und, äh, was passieren wird. Und, ähm, ich meine, ihr könnt euch denken, irgendjemand wird sterben. Aber wer? Haut doch mal eure Chips in die Kommentare raus. Let's go! Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss, tschüss.